So, hallo und herzlich willkommen. Es ist endlich mal wieder soweit. Hat ja nur ein Jahr und ein bisschen gedauert, bis ich endlich mal wieder damit anfangen konnte. Was sagen wir an dieses Jahr? Den Unboxing. Was haben wir hier Schönes? Endlich, endlich, endlich. Habe ich lange drauf gewartet. HDX 68. Wofür steht das? Home Defense Extreme. So muss das. Ihr wisst ja, Sachen mit X im Namen verkaufen sich besser. HDX 68, so wie es jetzt gehört. Schauen wir es uns mal an. Fummel, Fummel. Oh ja. Nice. So, was haben wir hier denn Schönes? Also, HDX 68, die neue Sprotflinze von Umarex. Wurde ja, wir können sagen, der Nachfolger zur SG 68 damals. So, kommen wir gleich mal zum lustigen Teil. Unten findet ihr hier eine kleine Rampe. Zum Nachladen. So, und das ist eigentlich auch schon alles, was dabei ist. Also, so anwachsen technisch ein bisschen wenig Inhalt. Aber meine ich schlimm. Wir haben ja noch BGs, stimmt. Aber gucken wir sonst erstmal an in Ruhe. So. Also, wie sieht das für eine Schroelfintel gehört? Schön mit Kapatierschaft. 16 Schuss gehen rein. Natürlich ESG-Stempel, wie sieht das gehört. Gehen wir mal mit der Sicherheit voraus. Laden sie ohne CO2 hinten drin. Also, ihr habt hier vorne den Ladeschaft. Dann nehmen wir dieses kleine Detail mit dem Ecke nach hinten. Setzt es hier ein. Nach oben zeigen. Und damit etwas Liebe und Kraft einführen. Dass es hinten einrasten kann. So, und dann sitzt es schön fest und kann nicht rausrutschen. Nehmt ihr hier die Kugel. Ich einfach reinklicken. Nichts in Schuss. Eins, zwei. Drei. Vier. Fünfzehn. Und sechzehn. So. Man könnte jetzt natürlich noch eine reinstecken. Das würde ich aber nicht machen. Am Ende drückt ihr es eigentlich bloß hoch. Habt ihr zwei im Lauf. Ist auch nicht gut. So, und dann vorsichtig das Ding wieder rausziehen. Und dann nach oben drücken. Und dann rausfummeln. Und vorsichtig nicht den Schafterbein nach hinten drücken. Weil sonst geht es euch gleich wie mir gerade. Das seht ihr dann gleich in den Outtakes am Ende des Videos. Und dann fliegen euch die Dingern nämlich um die Ohren. Und dann wieder laden. Und schon ist sie gespannt. So, und dann kommen die CO2 Kapseln. Nicht täuschen lassen. Das sind keine Knöpfe. Das sieht nur so aus. Hier runterdrücken und einfach rausziehen. Hört man schon dieses kleine Geräusch hier. Mit diesem Stift hier hinten aufdrehen. Stift, mein Schlüssel meine ich. Mein Gott. So, jetzt hier einmal wichtig. Ich habe es zum Glück noch nicht ausprobiert. Aber ich gehe stark davon aus. Nicht hochkannen und reinfallen lassen. Sondern schön flach. Sonst kann es euch passieren, gehe ich stark davon aus, dass ihr euch die aus Versehen anstecht. Und dann, naja, die CO2 Rakete macht nur so lange Spaß, wie sie nicht auf einen Zufall liegt. So, dann vorsichtig wieder zuschrauben. Nicht auf den Knopf hinten drücken. Denn wir haben ja einen Emergency Pin, mit dem wir sie dann anhauen können. So, und jetzt ist sie soweit geladen und gesichert. Hinten ist der Pin. Dann einfach draufschlagen, wird sie scharf. Sicherungspin am Abzug gibt es natürlich auch, so wie sich das gehört. So, und dann würde ich sagen, nehmen wir doch mal auf dem Schießstand, oder? So, was immer. Und dann gucken wir doch mal. Ein bisschen wunderlich in Lichtverhältnissen. Ich muss heute abends drehen. Da gehe ich sonst zeitlich nicht anders auf die Reihe. So, dann verschwinde ich mal auf dem Bild, weil das will ja eh keiner sehen. Gucken wir doch erstmal bei der Reichweite. Wir kennen ja meine Halle. 50 Meter. So, draufhauen nicht vergessen. Ja, war schon ein etwas schwacher Flug. Ja, also für Langstrecke ist er auf jeden Fall nicht ausgelegt. Kein Lockball. Ein kleines Vorfazit kann man ja schon mal ziehen. Ist natürlich jetzt kein richtiger Test gewesen. Also die Haptik ist natürlich mega geil. Keine Frage, ist auch Vollmetall, wenig Plastik. Sieht auch hier. Alles sauber verarbeitet, habe jetzt nichts gefunden, nichts klemmt. Man kann auch hier vorne die Feder tauschen. Zum Entladen würde ich es aber nicht hernehmen. Wie entladen geht sie dir gleich in den Outtakes. Ist aber ganz einfach tatsächlich. Auch wenn es in dem Fall dann versehen war. Nur noch eine Sache zu diesem, hier. Dieser kleine Junge hier. Würde ich, wenn ihr sie auf dem Feld mitnehmt, nicht mitnehmen. Weil der steckt hier unten zwar drin, recht fest. Muss dann auch so rum wieder eingesteckt werden. Aber das ist wieder so, da steckt ein großes gelbes Schild dran. Auch wenn man es jetzt im Video nicht sehen kann. Aber draußen steht, verliere mich. Also würde ich deswegen nicht mitnehmen. Ansonsten kann man sagen, jetzt so, er kommt mit. Er hat jetzt nicht blockiert beim Schnellfeuer. Ich hoffe, ihr Knall war nicht zu laut im Video. Muss ich gleich mal gucken im Schnitt. Er hat auch ordentliches Gewicht. Er hat auch einen Glasbrecher vorne dran. Ist natürlich, muss man sagen, das Umarex ist also Home Defense. Das ist eigentlich kein Paintball Magierer. Auch wenn wir ständig Umarex-Geräte dafür missbrauchen. Das Ding ist dazu da, um einen Einbrecher abzuwerten. Und das tut das. Das heißt, das ist natürlich nur die deutsche Standardvariante. Die 40 Joule, weiß ich gar nicht, was man machen muss, um die Deutschland zu besitzen. Ist bestimmt irgendwie ein Weg. Aber da ist es nicht meine Welt. Da halte ich mich raus. Das ist die ganz normale. Die in knapp 200 noch was FPS. Man hat ja gesehen, Reichweite ist da nicht viel. Also keine Repetier-Sniper leider. Wenn sich das manche gewünscht haben. Aber ansonsten ist sie richtig nice. Also natürlich mit 3,99 nicht ganz billig. Aber für mich als Spinner lohnt sich das schon. Dazu sei noch gesagt, nochmal ganz viertes Dankeschön an den Paintball Shop Leipzig und die Area 13, die mir die zur Verfügung gestellt haben für dieses Video. Aber ich werde sie trotzdem kaufen, keine Sorge. Ich will nichts geschenkt. Wir werden, gucken wir mal, ob ich mit Hunting Lion auf der Area 13 ein Duell mit diesem Puschenbuchstück spielen werde, eher gegen mich. Auf dem CQB-Feld. Da muss man mal gucken, wann ich dazu komme. Weil nach Leipzig fahren ist jetzt auch nicht so easy. Ich bin aber nächste Woche auf dem Battleground. Und da werde ich nochmal ein bisschen durch den Wald springen damit. Da kriegt auch nochmal ein kleines Video dazu. Und ansonsten hoffe ich, es hat euch wie immer gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Das nächste Unboxing wird sehr wahrscheinlich die neue HDR 68. Da freue ich mich schon richtig drauf. Endlich ein Revolver in Scheiter Größe. Und ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende. Und bis zum nächsten Mal. So, jetzt ein bisschen drauf ran. Ja, so war das nicht geplant. So und dann. Hey, steht da an dieser Stelle. Click Release. Ja, da muss man tierisch aufpassen, was das angeht. Als Outtakes speichern. Als Outtakes speichern.